Will man Prozessmanagement in einem etwas größeren Unternehmen einführen, will man ja Struktur und Ordnung schaffen. Gibt es zur Einführung keinen Prozessleitfaden und ein sogenanntes Process Governance Dokument, dann kann sich auch das Prozessmanagement selbst schnell im Chaos versinken. Und wie man das vermeidet und was man in so einem Prozessleitfaden alles drin zu stehen hat, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und wie wir aus ganz, ganz vielen Projekten bei der Einführung von Prozessmanagement wirklich gelernt haben, ist es, wie hilfreich ein Prozessleitfaden oder ein kleines Process Governance Dokument am Anfang ist. Als Bonustipp verrate ich Ihnen am Ende dieses Videos, wie Sie eine entsprechende Vorlage für einen solchen Prozessmanagement-Leitfaden finden und herunterladen können. Also, warum ist es so wichtig, speziell für die etwas größeren Unternehmen? Warum braucht man also so einen Leitfaden? Dafür gibt es drei wichtige Gründe. Erstens, weil er wie eine Checkliste durch die Einführung von Prozessmanagement leitet und damit kein wichtiges Thema man wirklich vergisst. Zweitens, weil bei jeder Prozessmanagement-Einführung wichtige Entscheidungen zu treffen sind, deren Ergebnis man im Prozessleitfaden wirklich festhält. Und drittens, weil wir hier mit Menschen arbeiten und jeder, der mit dem Thema Prozessmanagement in Berührung kommt, der weiß, dass da jeder seine eigene Note mitbringt. Das ist wie bei einer individuellen Handschrift. Die ist nicht richtig oder falsch, aber manchmal gut zu lesen oder manchmal mit ein bisschen Mühe. Also eher so eine individuelle Note und das gibt es eben auch beim Prozessmanagement. Und beim Prozessmanagement wollen wir aber Standards setzen, damit alle das Gleiche darunter verstehen und es für jeden einfach zu nutzen ist. Der Prozessmanagement-Leitfaden ist damit sowas wie die Standarddruckschrift, um eben bei dem oberen Beispiel mit der Handschrift zu bleiben. Wie sollte ein Prozessmanagement-Leitfaden jetzt wirklich aufgebaut sein? Zunächst mal ist es ein Dokument, das leicht zu finden ist und von jedem aufrufbar sein sollte. Das kann also ein Word-Dokument sein auf dem eigenen Unternehmen SharePoint oder eben eine HTML-Publikation, zum Beispiel im Intranet. Wichtig ist auf jeden Fall diese leichte Auffindbarkeit und ein niederschwelliger Zugang, dass ich das wirklich jedem Unternehmen einfach anschauen kann. Und wie in jedem Dokument sollte also am Anfang der Zweck des Dokuments eine Aussage zur Zielgruppe und eine gute Navigation wie ein Inhaltsverzeichnis stehen. Auch bei einem Word-Dokument kann man Inhaltsverzeichnis so gestalten, zum Beispiel, dass man das verlinkt ist, dass man draufklickt und an die entsprechende Stelle springt. Auch das gibt es bei PDF-Formularen zum Beispiel, kann man also entsprechend gut machen. Und hier spielen also auch Intranet-Publikationen ihre volle Stärke aus, weil man sie eben sowohl mit Hyperlinks auch in den Texten gut verlinken kann, weil man aber auch unterschiedliche Medienformate wie Text, Bilder oder Videos schön oder leicht konsumierbar darin gestalten kann. Und der erste wichtige inhaltliche Abschnitt geht dann um das Prozessmanagement als ganzheitliches System im Unternehmen. Also nicht nur um einzelne Facetten, sondern wirklich um das gesamte BPMN. Definition von Prozess und Prozessmanagement zum Beispiel. Ziele und Versprechen, was soll damit wirklich erreicht werden. Notwendigkeit von BPM qualitativ und quantitativ. Prozessmanagement, Lebenszyklus zum Beispiel, starten mit der Zielsetzung und dem Zielfindungsprozess und eine hierarchische Einordnung in die bestehende Organisation. Wichtig ist da vor allem auch die Rolle der Unternehmensleitung. Das muss also wirklich geklärt sein, bevor man sich weitere große Mühe in BPM wirklich einstellt. Und gemäß dem typischen BPM-Lebenszyklus beginnt es eben mit der Prozessdokumentation. Hier nimmt man eben auch einen großen Teil im Leitfaden mit ein. Geklärt werden müssen hier eben Ziel und Zweck der Dokumentation. Zum Beispiel ist es die Basis für eine spätere Verbesserung oder ist es als reine Dokumentation gedacht, zum Beispiel für eine ISO-Zertifizierung, wo man sie braucht oder für was man eben diese Dokumentation wirklich machen möchte. Und auch die verwendete Notation für die Dokumentation. Da gibt es verschiedene Varianten zum Beispiel. Da gibt es BPMN 2.0 zum Beispiel, die ist sehr bekannt, weil es ein Industriestandard auch mit ist. Es gibt aber auch die ereignisgesteuerte Prozesskette zum Beispiel, die EPK. Ja, die kommt eben aus einer anderen Sichtweise, wie man Prozesse aufnehmen kann. Gibt es jetzt kein dafür oder der wider, sondern sind beide wirklich sehr gut. Man soll sich aber halt für eine wirklich entscheiden, die konsequent durchziehen. Es müssen auch die Verantwortlichkeiten für die Dokumentation zum Beispiel geklärt werden. Also wer macht das? Ist das zentral zum Beispiel Modellierer in einer Stabsstelle oder sowas oder in einem Process Management Team oder Business Acceleration Team oder wie auch immer das heißen mag? Oder gibt es dezentrale Modellierer in den Fachbereichen, die dann die jeweiligen Fachbereichsprozesse eben erheben und aufnehmen? Was sind mitgeltende Unterlagen, insbesondere wenn diese sich zum Beispiel widersprechen sollten? Es kann ja sein, dass eine bestimmte Anweisung, Geschäftsanweisung, einem bestimmten anderen Ablaufdiagramm zum Beispiel von einem Prozess widerspricht. Und was gilt dann einfach wirklich auch? Welche IT-Systeme zum Beispiel werden verwendet? Welches Werkzeug wird modelliert? Hat man da eine BPMN-Suite oder gibt es da nur irgendwelche Visio-Shapes? Oder hat es jeder in seinem eigenen PowerPoint oder wie soll das gestaltet werden? Verwendete Objekttypen und Attribute dieser Objekte. Zum Beispiel, wenn man Chancen und Risiken entsprechend mit modellieren, hat man IT-Systeme, die man entsprechend mit an die jeweiligen Prozessobjekte in eine Beziehung setzen möchte. Möchte man Rollen mit modellieren und Ähnliches. Also was sind die Objekttypen, die man eben in dieser Dokumentation mit erheben möchte? Und welche Art von Kennzahlen soll eigentlich mit erhoben werden? Was ist da wichtig? Gibt es zum Beispiel Pflichtkennzahlen, wie zum Beispiel das Volumen, also wie oft mal wird der Prozess durchlaufen? Oder gibt es gar keine Aussagen zu Kennzahlen? Das sollte man sich am Anfang schon durchaus alles überlegen. Aber begehen Sie hier nicht die vier häufigsten Fehler des Prozessmanagements. Darüber haben wir nämlich hier ein ausführliches Video erstellt. Schauen Sie das mal an. Vielleicht als Hintergrundinformation ist wirklich sehr sehenswert, um einfach die größten Punkte steiglich im Vorfeld auszuschließen. Beginnen Sie also mit der Modellierung immer auf einer ersten Landkarte, auf einer Prozesslandkarte. Und etablieren Sie eine gelebte Prozesssteuerung auf dieser sehr, sehr hohen Flugebene, bevor Sie in die Details gehen. Also fangen Sie einfach an und legen Sie auf der Unternehmensprozesslandkarte auch tatsächlich die Verantwortlichkeiten von der Geschäftsführung und vom Vorstand oder vom Unternehmer entsprechend mit fest. Und damit sind wir beim Ebelenmodell. Viele Berater schlagen sich in der Festlegung auf vier bis fünf Prozessebelen vor. Das ist also aus meiner Erfahrung unnötig und eigentlich viel zu starr eigentlich. Also ich sage immer, folgen Sie viel mit dem Prinzip, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Also wenn ein Prozess seine Leistung verfehlt, dann müssen Sie an dieser Stelle halt einfach tiefer graben und tiefer bohren, beziehungsweise modellieren eben, bis Sie zum Kern des Problems wirklich vorstoßen. Das kann dann auf Ebene 8 oder 9 sein. Aber wenn Sie einen Prozess auf der Ebene 2 schon halbwegs rund läuft und er seine Prozessziele erreicht, dann belassen Sie es dort und kümmern Sie sich um die anderen Dinge, die vielleicht mehr Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Sonst verzetteln Sie sich da wirklich und hier ist wirklich Pragmatismus gefragt und kein Formalismus. Also so viel modellieren wie notwendig, aber so wenig wie möglich. Die einzige Regel, die wir wirklich empfehlen, ist, die letzte Ebene ist immer im Flussdiagramm, zum Beispiel in der BPMN-Modellation. Damit kann man gut Startereignis, Endereignis, Aufgaben und Gateways wirklich sehr schön modellieren. Im Prozessmanagement-Leitfaden sollten Sie ferner festlegen, ob Sie den Ist-Prozess eines Prozesses darstellen, also so wie es tatsächlich ist, mit allen Irrungen und Wirrungen, die so ein Prozess mitbringt, oder ob es ein gewünschter Sollzustand sein soll. Und dazu haben wir also auch eine klare Empfehlung. Nehmen Sie den Ist-Zustand, so wie Sie das einfach vorfinden aus den Gesprächen, den Interviews. Und wenn Sie den Prozess noch gar nicht geben, dann markieren Sie das mit einem deutlich sichtbaren Platzhalter in Ihrer Modellierung. So decken Sie wirklich Lücken auf und machen diese sichtbar. Und wie man Prozesse aufnimmt und welche Techniken es dafür gibt, das haben wir in diesem Video wirklich auch sehr ausführlich besprochen. Schauen Sie sich da mal mit rein. Da sind auch ein paar Tipps und Tricks drin bei großen Unternehmen, wie zum Beispiel der Betriebsrat einzubinden und Ähnliches. Verantwortlichkeiten müssen natürlich auch in einem Prozessmanagement-Leitfaden irgendwie geklärt werden. Also die Rollen und die Verantwortlichkeiten müssen definiert und beschlossen werden. Und für diese Darstellung der Verantwortlichkeiten empfehlen wir zum Beispiel das bekannte RASI-Modell. RASI ist eine Abkürzung für Responsible, also zuständig für die Durchführung. Accountable, also verantwortlich für die Prozessleistung. Consulted, also mit einbezogen, zum Beispiel bei einer Entscheidung, zum Beispiel bei Gremienentscheidungen oder sowas Ähnliches. oder auch informiert über den Prozess, seine Ergebnisse und mögliche Änderungen. Um die Verantwortlichkeiten sind davon die Rollen zu unterscheiden. Auch diese müssen definiert werden. Was bedeutet es denn, wenn jemand der Chief Process Officer wirklich ist? Oder welche Rechte und Pflichten hat denn ein Prozessverantwortlicher? Es gibt in der Literatur ganze Bücher über diese Rollen und Verantwortlichkeiten im Prozessmanagement. Diese hier jetzt in diesem Video alle zu erklären, das sprengt wirklich den Rahmen. Wir greifen dieses Thema Rollen und Verantwortlichkeiten in weiteren Videos auf und gehen nochmal darauf detailliert ein. Deswegen abonnieren Sie jetzt unseren Kanal und machen Sie gleich dieses Glöckchen an, damit Sie diese Videos nicht verpassen. Die werden noch in diesem Herbst veröffentlicht. Prozesssteuerung. Sind die ersten Prozesse modelliert und dokumentiert, müssen diese fortlaufend gesteuert werden. Und Prozesssteuerung ist damit auch ein Kernbaustein im PPM-Lebenszyklus, der leider in der Praxis oft vernachlässigt wird. Weil es eben Kompetenzstreitigkeiten aus den historisch gewachsenen, aufbauorganisatorisch geprägten Linienverantwortung kommt und den neu eingeführten, prozessorientierten Prozessverantwortung. Und welche Prozesskennzahlen zum Beispiel sind zu erheben, in welchem Turnus und in welchem Format werden diese besprochen, welche Konsequenzen werden bei der Abweichung von Ergebnissen und genetzten Zielen mitgezogen. Das sind alles Themen, die man eben in diesem Prozessleitfaden wirklich mit klären muss. Diese Punkte müssen Sie im Abschnitt der Prozesssteuerung im Governance-Dokument wirklich aufschreiben. Da gibt es einen eigenen Abschnitt eben in diesem entsprechenden Dokument. Üben Sie diese Punkte auf den obersten Elementen, also Ihre ersten Prozesslandkarte, damit Ihre Unternehmensleitung die Verantwortung für diese oberste Ebene und Landkarte auch wirklich übernimmt und übernehmen kann. Weil sonst bleibt Ihr ganzer BPMN-Ansatz ein Bottom-up-Ansatz, der als Hobby von ein paar Enthusiasten auf der Arbeitsebene bleibt, aber nicht wirklich den jeweiligen notwendigen Erfolg wirklich bringt. Sonst kostet es wirklich nur Zeit, deswegen fangen Sie oben an und binden Sie Ihre Unternehmensleitung wirklich auf der obersten Stelle entsprechend mit ein. Die müssen auch die Verantwortung damit dafür übernehmen. Und zum Thema Top-down und Bottom-up haben wir ebenfalls ein Video erstellt. Gucken Sie sich das mal an, wenn es nicht so ganz geläufig ist. Ist auch sehr sehenswert. Die letzten beiden Punkte im Prozessleitfaden sollten sich mit der Prozessanalyse und der Prozessoptimierung beschäftigen. Also wie geht man systematisch vor, um Prozesse, die Ihre Leistungsziele nicht erreichend verbessern? Wer ist dafür zuständig? In welchen kleinen Schritten, also KVP, kontinuier Verbesserungsprozess, oder in welchen großen Schritten, zum Beispiel Process Re-Engineering oder Process Redesign-Projekten, geht man dann in dem Unternehmen vor? Macht man das Ganze nach Lean-Methodik zum Beispiel oder hat man Six Sigma als Methode gewählt? Solche Dinge kann man da eben entsprechend mit sich überlegen und festlegen, weil daran wird sich sicherlich auch die Ausbildung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter richten müssen. Also brauche ich Lean-Trainings, brauche ich Six Sigma-Trainings, brauche ich Prozessoptimierungstrainings oder wie auch immer. Das kann man dann entsprechend festlegen. Das war jetzt relativ viel Input. Damit Sie sich etwas leichter tun in Führung von Prozessmanagement, haben wir in der Videobeschreibung ein Rahmendokument verlinkt. Das können Sie wirklich verwenden, um keine Punkte zu vergessen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Hakel Schöter